Ich liebe den ganzen Lifestyle, denen das B-Troll-Überleben mit sich bringt. Wir kommen viel rum, haben immer andere Strände, immer andere Wetterbedingungen. Das macht, glaube ich, für mich so den Reiz an der Sportart aus. Wir haben die Saison Vorbereitung, da ist der Trainingsaufwand sehr hoch. Das heißt, dass wir im Prinzip sechs Tage die Woche auf jeden Fall trainieren. Dann meistens zwei, manchmal sogar drei Einheiten am Tag. Eine Einheit bedeutet in der Regel zwei Stunden, mal auch ein bisschen länger, wenn es im Krafttrainingbereich ist, im Aufbau. Also viel ist in der Regel nicht mehr möglich an so einem Tag. Wenn man gerade in der Vorbereitung ist, viel studiert, dann ist man abends todmüde, platt und freut sich nur noch auf sein Bett. Wenn wir auf Tour sind, haben wir natürlich viel unser Beach-Outfit an, so wie wir es kennen. Wenn ich zu Hause bin, dann habe ich eigentlich die ganze Bandbreite von auf dem Sofa wirklich kuschelig, bis sich auch mal irgendwie schön machen, weil wir das ja so im Sommer jetzt nicht gewohnt sind. Also ich habe eigentlich kein Lieblingskleiderstil, aber es ist alles ein bisschen dabei. Also mir gefällt Mode, ich beschäftige mich auch gerne damit und mag so ein Mix aus sportlich elegant, würde ich mal so sagen.